Hallo und herzlich willkommen im Kunstpalast. Mein Name ist Rino und du hast mich bestimmt schon auf dem Weg zum Museum gesehen. Ich liege hier ganz gemütlich im Gras und lasse mir die Sonne auf die Hörner scheinen. Der deutsche Bildhauer Johannes Bruss hat mich 2002 aus Bronze geschaffen. Du willst jetzt bestimmt schnell los und auf Entdeckungstour gehen. Aber eine Sache noch. Die Schülerinnen und Schüler des Wim Wenders Gymnasium haben sich mit den Kunstwerken aus der Sammlung beschäftigt und möchten dir dazu allerlei spannende Geschichten erzählen. Mal als Gedicht, mal als Rap und manchmal fangen die Figuren aus den Bildern sogar selbst an zu sprechen. Im Museum siehst du neben vielen Werken ein kleines Nashorn. Tippe die Nummer daneben ein und schon kann es losgehen. Ich wünsche dir viel Spaß. Dein Rino Dein Rino